Überraschung bei den Grünen im Rennen um die Bundesspitze der Partei hat jetzt die Niedersächsin Anja Piel ihr Interesse kundgetan. Sie ist derzeitig die Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag. Piel bestätigte der HAZ am Sonntag, dass sie sich für den Parteivorsitz bewirbt. Artikel veröffentlicht Sonntag 7. Januar 2018 22 Uhr Artikel aktualisiert Montag 8. Januar 2018 8 Uhr 22 Anja Piel, Vorsitzende der niedersächsischen Landtagsfraktion der Grünen, will für den Bundesvorsitz der Partei kandidieren. Quelle Holger Hollemann, dpa